Wer hat es denn erwischt? Was ist denn mit Herb? Wo ist denn Herb? Ich steh neben dir, aber mich hat es ziemlich erwischt. Bei mir klingelt es gerade, ich muss mal ausloggen. Scheiße. Okay, wie sieht es denn aus mit Health? Brauchst du Heilung oder was? Ich hab ungefähr fast kein Blut mehr, also mein Bildschirm ist ziemlich verschwommen. Scheiße. Aber warte mal, ging das nicht irgendwie kopfgegen. Da musst du fressen wie ein Schwein. Fressen und trinken wie eine Traum ist draußen raus und den Brunnen las auf. Ja, das regt die Blutgenauert. Leert den ganzen Brunnen, dann läuft da wieder so. Okay, ich hab's mal ausgestellt, dass er verschwommen ist. Jetzt muss ja nur aufpassen, dass ich in der nächsten Zeit nix. Die wie neu geboren, kommt der dann aus dem Brunnen raus? Der ist das scheiße, dass die immer respawnen, ne? Naja, das ist noch, dass sie auch wenden getroffen als stirbt. Weil der andere Huntingbag gehabt, der wohl ich geballert hat. Ja, aber der stirbt eh. Wenn er blutet, stirbt er. Der ist tot. Ich hab beide niedergemetzelt. Ich hab beide niedergemetzelt. Die sind nur direkt dispawned. Naja, das ist kacke. Das ist echt kacke. Das hattest letztens aber auch. Ja, ist halt sobald du dich auslockst, und das machen halt richtig viele, dass die sich instant auslocken. Na, kein Angst, der war tot. Der hat ein ganzes Magazin gefrisst. Ich hab gar nachgeladen. Ich bin da reingekommen. Wer muss denn hier ne Blut geblut weckt werden? Ich. Joop. Okay. Ja, scheiße. Komm mal vorne in den ersten Raum. Erster Raum hier rein, wo ich bin. Ich hab noch nicht mal nen Stotterkit dabei, oder? Wenn ihr noch Blut braucht, warte mal was. Blut hab ich. Gut. Oh, super. Ich hab einen Stift gefunden. Da kannst du uns Nachrichten hinterlassen. Wir können quasi ein lustiges äh, lustiges Kisteljagd machen. Wer läuft draußen rum? Keiner. Passt auf, Leute. Hier ist ne Sonnenbrille. Ich glaub draußen hat jemand nachgeladen. Wer hat nachgeladen? Keiner von uns. Da hat jemand nachgeladen. Meist haben meine Taschenlampe weg, ja. Boah, ich hab schon wieder einer nachgeladen. Ich lieg im Gang. Hier kommt keiner rein. Ja, das ist die Fenster. Können die aber rinschießen, ne? Ja, aber mich sehen die hier nicht. Da müssen sie ja ganz ans Fenster ran, denn da sehen wir sie ja. Verdammt. Ich hab kein volles Blut weg. Ich dachte, das wär voll. Ja, und dann... Hast du nen... Du hattest doch vorhin ne Dings dabei. Äh, ne... Ach, so ein anderes... So ein anderes Ding hattest du dabei. First Aid, oder? Nein. Ja, guck mal in deinen First Aid rein, ob da ein Dings drin ist. Ey, ich hab kein First Aid mehr. Das hat irgendjemand von euch genau vorher. Ob er ein Handling überkriegt. Äh, hattest du nicht vorhin auch noch irgendwie nen Dings dabei? Ne, so ne, äh... Andere große? No. Bloodback, wie heißt denn der Fuck jetzt, Alter? Du meinst das Stodder-Kit oder was? Nein, nicht das Stodder-Kit. Das ist das, was man gibt. Serine-Paket hier. Ja, genau. Hast du das? Ne, Saline. So rum, Saline. Warte mal, ich guck mal bei mir ins Midi-Kit rein. Ah, ne, ich hab nicht. Die gefährlich sind die Zombies. Das muss ich jetzt wissen. Stroh-Dumm. Die sind Stroh-Dumm-Stroh rum. Aber renn weg, ey. Hahaha. Wartwitz. Habt ne Crowbar, also... Keine Ahnung. Ne, mit ne Axt. Du brauchst recht viele Schläge. Du musst aber schön um die rum tänseln. Also die rennen an dir... Die rennen auf dich los. Ich. Die rennen auf dich los und dann springen die dich so ein bisschen an und dann musst du zur Seite gehen und dann klopfst du den da vom Hinterkopf. So ne Saline-Bag? Ne, ich hab nicht nix. Also ich hab nix. Ich hab nur Tabletten. Ist getroppt. Hast du getroppt? Ja. Ja, mitkommt. Ja. Ihr macht mich in meinen ganzen Medikamentenarm. Ich hab mich in der Medikamenten gefunden. Für einen Revolver, nehm ich mal mit, wa? Hat man einmal getestet, ob man hier durch die Scheiben schießen kann? Ja man. Gut. Der Battlefield ist das geil, ne? Du konntest mit der Panzerfaust nicht durch die Scheibe schießen. Wenn du mit der Panzerfaust auf die Scheibe geschossen hast, bist du tot gewesen. Ja. Hast du es gespawnt? Nachdem wie fett die Scheibe ist, nein. Ist nicht gespawnt. Ich seh's nicht. Hey, die konntest du ja mit dem Messer kaputt machen. Die selbe Scheibe. Wieso kann ich die Batterie nicht aus meinem Inventar verschwinden lassen? Einfach in das Nebenfach legen, auf linke Seite. Das ist doch Boden. Ja, mach den nicht. Da passiert nix. Dann erscheint das da. Dann ist die vielleicht mit dir verwachsen. Das ist vielleicht die Batterie für deinen Herzschutmacher. Die kann vom Charakter nicht getrennt werden. Wo ist denn jetzt das der Leanback hin? Verdammte Scheiße. Oh, leg. Matchbox. Matchbox. Na gut, dass Apu sich ausgelockt hat, aber wir sollten Apu dann warnen, weil er sich einloggt hat. Ich glaub der steht noch draußen. Wie lange noch geht denn der Rohren? Wer ist hier vorne, erster Raum? M4? Beruhig dich doch mal, solange die Türe zu ist, sind das auch alles bloß mir hier. Ne, es kann auch einer hier reinloggen. Den hören wir aber. Dann macht halt die ganzen scheiß Türen zu. Baseballschläger oder Krober? Ich hab mein Tür hin zugemacht, ne? Axt. Ich hab weder noch, also Baseballschläger oder Krober. Das ist scheißegal. Das ist auch was im besseren Zustand ist. Das ist was im besseren Zustand heißt, genau. Warum siehst du von vorne aus wie ein Kerl. Auch noch wie ein weißer Kerl. Wenn ich von hinten gucke, bist du eine schwarze Tussi. Ja, wenn du Handschuhe anziehst, kriegst du auch weiße Arme. Das ist hier, die haben noch nicht alles durch. Das ist von der letzten Operation noch. Die haben sich noch was übrig gelassen. Da hinten jetzt noch ein Salinenbeck, ist es wieder aufgetaucht? Ne, immer noch nicht. Dann müssen wir jetzt in irgendeine scheiß Klinik. Mit dir. Ja, ich hab's einfach nur ausgestellt. Im Kaffing, dass es durch. Äh, flimmert. Was ist das denn? Dann kann ich normal noch weiterspielen. Wenn ihr noch mal aus dem F-Mann bringt, können wir jetzt hier mit dem Apo los. Warte. Legt ihr dir hier in die Hose rein, weil sonst verschwindet das Essen anhand. Wir können doch nochmal aus dem Haus raus. Das wisst ihr, ne? Wir müssen nur, da gibt es nur drei eingehen. Danke. Ja, aber solange wir die jetzt hier vorne noch um wären, können wir ja auch nicht los. Oh, was ist das denn? Fuck, das tut. Was denn? Ja, es ist eine Mosin. 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 Was ist mit Bernd? Ich hab ihn verpflichtet. Bernd das Brot oder was? Wir haben Bernd das Brot in der Gilde. Mhm. Im Clan, Community, Team, Schreckstrich, Organisation. Kannst dich ja mal vorstellen. Ich hab jetzt grad keine Zeit für irgendwelche Vorstellungen. Kannst dich das vorstellen? Nee. Nee. Der bräuchte mal ein Source Games und ein Battlefield 4 Zeichen. Ich hab grad keine Anfrage. Äh. Er ist da drin oder nicht? Er ist da drin oder nicht? Apu ist auf K. Sind wir jetzt ready oder was, dass wir mal los können? Wir warten doch auf Apu oder nicht? Ja, ne. Wiss ich nicht. Wenn er jetzt nicht bald kommt, machen wir erstmal schnell alle los. Ja. 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 Dann mach ich hier nen Break und lock mich dann ein, wenn er da ist. Wir können auch hoppen, ja. Ich glaub hier in der Dusche. Zweite Dusche. Oh, ich komm mit. Ich bin in der ersten Dusche. Okay. Na, warte. Jetzt sind wir drei Leute, die sich an den Duschen so einloggen. Dann steht da so einer, weißt du. Bye laboratory sí. Tschüss! Tschüss!